Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Tutorial würde ich gerne mit euch über das Thema Artikel 13 sprechen. Doch bevor ich überhaupt mit diesem Video erst beginne, möchte ich euch vielmals danken. Nämlich das gestrige Video wurde über 1000 Mal bisher geklickt. Das ist für meine Verhältnisse wirklich extrem viel. Und vor allen Dingen haben ca. 20 bis 30 Leute, glaube ich, von diesem Video aus diesen Kanal abonniert. Das macht mich wirklich stolz und ich freue mich sehr, dass sich so viele Leute für dieses Thema interessieren. Also danke für eure Abos und danke, dass ihr euch dieses Video anschaut. Und vor allen Dingen, dass ihr euch auch jetzt wieder dieses Video hier anschaut. Aber gut, worum soll es heute gehen? Es soll zuallererst mal um die Berichterstattung von gestern gehen, weil um echt zu sein war ich damit nicht besonders zufrieden. Gerade wenn einige von euch gestern vielleicht mal die Tagesschau gesehen haben. Ihr werdet sicherlich festgestellt haben, dass da vielleicht so ein paar Dinge nicht ganz gestimmt haben. Beziehungsweise ein komisches Licht gerückt waren. Dann würde ich mit euch gerne nochmal darüber sprechen, wie einige Firmen auf Artikel 13 bzw. die Urheberrechtsreform nun reagiert haben. Ich möchte hier das Beispiel YouTube mal ranziehen. Und dann möchte ich mit euch nochmal über das Thema Daylight Saving Time, also praktisch die Zeitumstellung sprechen. Und die wurde ja anscheinend gestern auch zumindest ab 2021 dann abgeschafft. Und jetzt muss anscheinend jeder Staat in Europa entscheiden, ob sie Sommerzeit oder Winterzeit haben möchten. Dann brauchst du natürlich wieder eine europäische Lösung, weil wenn es dann ganz, ganz viele, sag ich jetzt mal, Zeitzonen geben würde, wäre das wahrscheinlich auch nicht besonders gut. Und dann würde ich gerne nochmal auf einige von euren Kommentaren eingehen. Aber kommen wir mal zuallererst zur Berichterstattung gestern nämlich von der Tagesschau. Normalerweise gucke ich keine Tagesschau. Ich gucke relativ selten Tagesschau. Wahrscheinlich maximal, also wirklich maximal einmal die Woche. Bloß gestern wollte ich einfach mal mir die Tagesschau anschauen, um zu gucken, was denn eigentlich so die Tagesschau über Artikel 13 sagt. Ich fand es zuallererst mal sehr schön, dass tatsächlich diese Debatte, beziehungsweise der Bericht zu dieser Debatte gleich als erstes gezeigt wurde. Ich finde, das war ein wirklich vielleicht auch wichtiges Zeichen, dass es hier ein deutschlandweites, wenn ich sogar europaweites Interesse gab an diesem Thema. Also da muss ich schon mal sagen, schön, dass sie es zuallererst gezeigt haben. Und vor allen Dingen in der Berichterstattung waren einige Dinge sehr gut, muss ich ehrlich zugeben. Ich fand es schön, dass sie einen Ausschnitt von der Rede von Julia Reda gezeigt hatten, wo sie nochmal gesagt hat, okay, es gab 5 Millionen Leute, die tatsächlich diese Online-Petition unterschrieben haben. 200.000 Leute waren europaweit auf den Straßen und all das fand ich sehr gelungen, um ehrlich zu sein. Man hat auch Herrn Voss gehört, fand ich auch sehr gut, praktisch Gegenüberstellung beider Seiten. Bloß als dann Bilder von Demonstranten gezeigt wurden, das fand ich ein bisschen eigenartig. Also ich möchte jetzt hier nicht zu kleinkariert sein, bloß irgendwie fand ich, wurde das Ganze in vielleicht falsches Licht gerückt. Und ich glaube zumindest, dass es so für einige Leute hätte ausschauen können, die jetzt nicht unbedingt so in der Materie drin sind. Nämlich, als praktisch über die Demonstranten berichtet wurde, wurden Ausschnitte von Demonstrationen gezeigt. Bloß nicht natürlich die Ausschnitte, die wir alle kennen, wo man wirklich 10.000, wenn ich so auch 100.000 Leute sieht. Oder hier in Berlin waren es ja, ich glaube so um die 40.000, 40.000 bis 80.000 Leute, die hier auf der Straße waren. In anderen Städten waren es auch viele 10.000 Leute, die auf die Straße gegangen sind. Und was zeigt die Tagesschau? Eine winzig kleine Gruppe aus schätzungsweise 30 Leuten, vielleicht sogar weniger. Im Bild, denke ich mal, waren es vielleicht so 20 Leute, die man gesehen hat. Und eine Person mit lila gefärbten Haaren, die an einem Mikrofon steht und anscheinend etwas ins Mikrofon reinbrüllt. Und du siehst dann halt immer wieder so die Kamera schwenken auf ein paar etwas unmotiviert aussehende Teenager. Und halt einige Teenager, die doch relativ alternativ aussehen. Das soll jetzt nicht unbedingt heißen, dass das was Schlechtes ist, keinesfalls. Ich meine, jeder soll so leben, wie er möchte. Bloß jetzt natürlich auf die Generation, die vielleicht nicht unserer Generation spricht, beziehungsweise den Leuten oder für die Leute, die jetzt nicht so in der Debatte drin sind, wirkt das natürlich so, wie als wäre das halt so eine kleine Bewegung von irgendwelchen Spinnern, irgendwelchen Alternativen, die sich gerne im Internet bewegen und jetzt nicht wollen, dass da die Politik irgendwas macht. Und irgendwie hatte ich persönlich den Eindruck, dass dieser Beitrag schon sehr gut war, muss ich echt zugeben. Der war nicht so schlecht, wie ich mir hätte vorgestellt. Bloß diese Demonstranten, wie sie Demonstranten gezeigt haben, und übrigens auch mehrere Male, fand ich dann doch schon etwas peinlich und beziehungsweise einfach nur etwas unsinnig, solche Ausschnitte in so einem Bericht zu zeigen. Und ich glaube, gerade wenn es um so eine wichtige Debatte geht und auch so eine Debatte, die so viel, sag ich jetzt mal, an Meinungen hervorgebracht hat, da sollte man tatsächlich auch mal das zeigen, was tatsächlich auf den Straßen los war. Und vor allen Dingen sollte man auch mal die Bilder zeigen von den Leuten, die dort auf der Straße waren. Und das waren nicht einfach nur so ein paar Teenager, sondern das waren Leute jung bis alt. Vor allen Dingen natürlich jung, aber jung bis alt. Und viele Leute, die auch einfach halt ihre eigene Freiheit, ja, beschränkt gesehen haben. Aber gut, das schon mal dazu. Die Berichterstattung sonst fand ich eigentlich ganz okay. Man darf nicht vergessen, dass aber die Berichterstattung vor Artikel 13, vor der Abstimmung, doch fand ich ganz interessant, weil nämlich kaum einer hat so wirklich über Artikel 13 in voller Gänze berichtet. Es gab auch zum Beispiel viele Artikel und viele Analysen schon dazu, dass extrem viele von den, ich nenne es jetzt mal, ja, Publizisten doch relativ negativ den Demonstranten gegenüberstanden, dass da nicht unbedingt objektiv berichtet wurde. Ich meine, ich möchte jetzt hier keine Conspiracy Theory rausmachen, aber schlussendlich muss man sich natürlich fragen, wer hinter Artikel 13 steht und ob das nun tatsächlich viel mit Lobbyismus zu tun hat oder nicht. Ich denke persönlich, es hat viel mit Lobbyismus zu tun. Und ich meine, das ist ja, glaube ich, auch schon, ja, kaum ein Geheimnis mehr. Und wer nun tatsächlich da gelobbiet hat, da gibt es schon, wie gesagt, die einen oder anderen, die natürlich ganz klar da im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel Axel Springer. Und wir wissen natürlich, dass Axel Springer so einige Zeitungen kontrolliert. Aber gut, kommen wir dann mal zum nächsten Punkt, nämlich, wie haben Firmen auf die ganze Sache reagiert? Hier wollte ich mal einen Tweet von YouTube Creators mir zur Hand nehmen. Und was ich da ganz interessant fand, ist, dass YouTube tatsächlich schon, was das Ganze angeht, tatsächlich schon kommentiert hat, was ich ja eigentlich vielleicht etwas, ja, nicht unsinnig finde, aber vielleicht sehr früh finde, weil schlussendlich ja immer noch das Ganze durch den Europa, also durch den Rat durch muss. Und schlussendlich heißt das ja hier, dass YouTube wahrscheinlich auch denkt oder sich im Klaren ist, dass jetzt eigentlich nichts mehr daran geändert wird. Nämlich, was hier praktisch steht, ist Update. The European Parliament has now voted on the EU Copyright Directive. Und dann, thanks to all the creators who spoke up about how Article 13 will impact them and their communities. Here's our statement on today's vote. Und dann, the final version of the EU Copyright Directive is an improvement, but we remain concerned. Article 13 could still have unintended consequences that may harm Europe's creative and digital economy. We urge EU Member States to keep these concerns in mind as they move to implement the new rules. Und sie sprechen hier, denke ich mal, einen sehr interessanten Punkt an, aber sie lassen einen Punkt aus. Nämlich, sie lassen zum einen natürlich aus, dass das Ganze noch durch den Rat muss. Ich hatte gestern auch ein interessantes Video, oder ich glaube so, das wurde heute Morgen gepostet, von der Kanzlei WBS, die auch praktisch sagten, es ist theoretisch immer noch möglich, das Ganze zu blocken, wenn halt sich unsere Regierung und viele andere Regierungen sich gegen Artikel 13 und die Urheberrechtsreform aussprechen im Rat, wovor natürlich die meisten Leute nicht ausgehen, aber es ist dennoch theoretisch immer noch möglich. YouTube, zumindest bei diesem Statement, scheint das Ganze ja so ein bisschen zu übergehen. Das heißt, sie sagen hier sowas von wie, okay, jetzt muss das Ganze nur noch in die, sag ich mal, Gesetze der Länder eingeworben werden. Das heißt, sie sehen eigentlich schon diesen Schritt, also dass sie gar nicht mehr anscheinend in Frage stellen, dass das Ganze nicht durch den Rat durchkommt. Und diese Einschätzung teile ich übrigens auch. Heißt also nun, das Ganze muss in das nationale Gesetz übertragen werden. Das kann, also es gibt eine Deadline anscheinend von zwei Jahren. Die ersten wirklich großen Veränderungen werden höchstwahrscheinlich in zwei bis drei Jahren kommen. Ich denke nicht, dass vorher irgendeine Firma in der Europäischen Union abschalten wird, im Sinne von, dass sie wirklich ihren Service aufgeben werden. Das ist höchst, höchst, höchst unwahrscheinlich. Übrigens auch, wenn der ernstvoll eintritt, ist es natürlich der schlimmste Fall, der eintreten könnte, dass diese Plattform tatsächlich abschalten oder beziehungsweise zu einem Großteil abschalten und nur noch bestimmte Inhalte zulassen. Aber was da genau kommt, das glaube ich, weiß keiner von uns. Und es kommt wirklich darauf an, wie das Ganze nun ins nationale Gesetz eingewoben wird. Und dann wollte ich nochmal auf Folgendes hinaus, nämlich gestern wurde ja anscheinend auch der Seasonal Clock Change oder Daylight Saving Time oder wie auch immer du das Ganze nennen möchtest, die Zeitverschiebung, oder nicht Zeitverschiebung, sondern die Zeitumstellung, wurde ja gestern hier anscheinend auch besprochen. Und anscheinend ab 2021 soll dann nun nicht mehr von Winter auf Sommerzeit, von Sommer auf Winterzeit umgeschaltet werden. Es soll anscheinend nur noch eine Zeit geben, was natürlich auch sehr sinnvoll ist. Ich glaube, viele von euch werden sich sicherlich schon mal mit ein bisschen beschäftigt haben und wissen, dass eigentlich die Energiesparpolitik von damals heute eigentlich keinen Sinn mehr hat. Und dass es höchstwahrscheinlich sogar so ist, dass man mehr Energie aufwendet, die Uhren immer wieder vor- bzw. zurückzustellen, als man tatsächlich dadurch spart. Aber gut, das fand ich nur ein bisschen eigenartig, dass es gestern anscheinend auch besprochen wurde, dass das, was verabschiedet wurde, nämlich, dass diese beiden Dinge genau an einem Tag sind, ist schon ein bisschen eigenartig, oder? Ich meine, man denkt doch, solche Dinge, die wirklich von der Polung her komplett unterschiedlich sind, nämlich, ich glaube, kaum einer ist noch für die Daylight Saving Time. Eigentlich jeder will die abgeschafft haben. Und dann praktisch das andere, die andere Reform, Artikel 13, die Urheberrechtsreform, die eigentlich kaum einer so wirklich haben möchte. Ich denke mal, wenn man wirklich, wenn man Leute informieren würde, was das ist und wenn man tatsächlich mal einen Bevölkerungsentscheid machen würde, würde man höchstwahrscheinlich sehen, dass kaum einer diese Urheberrechtsreform möchte. Aber das ist jetzt wirklich nur, ja, das ist jetzt wirklich nur eine Idee, beziehungsweise das, was ich denke, was passieren könnte. Bloß, schlussendlich, ich glaube, die meisten Leute wollen halt nicht diese Daylight Savings Time mehr haben. Artikel 13 will kaum einer haben. Und nun sind natürlich diese beiden Entscheidungen an einem Tag getroffen worden, sodass man halt hier so ein bisschen das Gefühl hat, dass man es versucht, ja, zu neutralisieren, dass man halt einmal etwas hat, was die Leute unbedingt wollen, und einmal, was sie nicht unbedingt haben wollen, und dass das Ganze wieder halt bei Null landet. Dann gestern noch, die FAZ hatte über etwas berichtet, was ich auch sehr interessant fand, nämlich, dass anscheinend ja ein Deal geschlossen wurde, um eine Pipeline nach Europa zu legen. Das ist anscheinend ein Deal zwischen Deutschland und Frankreich gewesen war, und das scheint anscheinend ein relativ schmutziger Deal gewesen zu sein. Ich kann, wie gesagt, nicht sagen, ob das tatsächlich stimmt. Bloß die FAZ hatte gestern darüber berichtet, und in der FAZ stand praktisch drin, dass halt für Artikel 13, dass der halt nun durchgekommen ist, dass es anscheinend auch einen Kompromiss gab, und dass es nun anscheinend auch eine neue Pipeline geben soll, aber dazu berichte ich gern nochmal Neueres, wenn ich mehr darüber weiß. Gestern hatten auch einige von euch Kommentare hinterlassen, die ich auch alle sehr faszinierend und sehr nett fand, und einen Kommentar, da würde ich nochmal kurz drauf eingehen wollen, nämlich von Mike Pausen, Koalitionsverträge und Parteiprogramme sind leider nicht rechtlich binden, und da hast du vollkommen recht. Also sie sind natürlich nicht rechtlich binden, das hätte ich vielleicht gestern besser ausdrücken sollen, bloß man darf halt echt nicht vergessen, ich meine, wenn jemand schon einen Vertrag macht, wenn jemand ein Positionspapier darstellt, wenn er ein Positionspapier schreibt, dann gehe ich natürlich auch davon aus, dass es wirklich die Position von dieser Person ist. Also das soll jetzt keine Kritik an Mike sein, sondern eher nur eine Kritik an den Politikern. Wenn ich mir halt denke, okay, ich setze mich zusammen für Wochen, für Monate, wir wissen noch, wie schlimm das war, als praktisch diese Koalitionsverträge geschrieben werden sollten, und dass es ja zuerst anscheinend die Kombi geben sollte, aus, ja, schwarz-rot, schwarz-gelb und grün, und jetzt anscheinend, ja, soll das Ganze ja, oder wurde es ja natürlich wieder zu einer großen Koalition, und da schlussendlich dieses Papier Ewigkeiten gedauert hat, um zu verabschieden, und nun, dass das Ganze einfach so gebrochen wird, finde ich schon sehr peinlich, und vor allen Dingen ist es halt wieder ein Zeichen, denke ich mal, dass man unseren Politikern leider zum Großteil nicht vertrauen kann. Ich möchte nicht immer die Politik so in den Dreck ziehen, weil es sicherlich auch gute Politiker gibt, die gute Arbeit leisten. Es gibt viele Politiker, die diesem Land wirklich weiterhelfen, bloß ich glaube, dass wir derzeit einfach nur extrem viele schwarze Schafe dort oben haben, und vor allen Dingen, dass wir, ja, Politiker haben, die sich nicht unbedingt ums Wohl der eigenen Bevölkerung kümmern. Man merkt es immer wieder, zum Beispiel, ich habe immer die Perspektive, auch in China oft zu sein, in Asien zu sein, und ich möchte jetzt nicht China als einen positiven Ort darstellen. Ich weiß, es gibt hier auch im Westen, und das muss ich ehrlich so sagen, viel, viel Propaganda über China, die nicht stimmt, und viele Nachrichten, die tatsächlich stimmen, bloß sagen wir es einfach mal so, ich hatte, als ich in China früher lebte, immer das Gefühl, dass alles umeinander rum besser wurde, hier in Deutschland, hier in Europa, habe ich immer das Gefühl, dass eigentlich die Politiker immer noch die Situation für einen schlechter machen, gerade für mich als Unternehmer. Ich habe in den letzten Jahren, also ich bin jetzt seit, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren Unternehmer, und ich habe nie so wirklich von der Politik auch nur bemerkt, dass irgendwie mal was für mich Unternehmer gemacht wurde, dass ich merkte, okay, ich habe mehr Geld am Ende des Tages, oder zum Beispiel, wurde die Bürokratie ein bisschen minimiert, oder dass es irgendeinen Vorteil gab. Ich habe immer nur gemerkt, dass es immer mehr Nachteile für mich selbst gibt. Natürlich kann man das auch wieder unter Verbraucherschutz fassen, sei es nun DSGVO, sei es nun Urheberrecht, sei es nun Artikel 13 plus. Schlussendlich habe ich halt echt das Gefühl, dass die meisten von uns komplett vergessen werden von unserer Politik. Und zum Beispiel dieses Gefühl hatte ich nicht in Asien, als ich früher in Asien lebte. Da hatte ich immer das Gefühl, dass wirklich die Politik für einen etwas tut. Und ich weiß immer noch damals, weil das erste Mal, als ich in China lebte, war noch in einer Gastfamilie, als ich noch zur Schule ging. Und damals meinte zu mir meine Gastmutter, dass sie früher, als sie in die Schule ging, noch jeden Morgen mit einem Stock in die Schule rein musste und schauen musste, ob irgendwo Ratten in der Schule waren. Und heute sind die Schulen besser aufgestattet als hier. Und hier, wie gesagt, hat man Geld für allen möglichen Kram, aber nie mal für was Wichtiges. Also so zumindest finde ich das, ja, merke ich das. Ich meine, ich bin ja selbst noch vor drei Jahren zur Schule gegangen. Und gerade in der Zeit nachschiene, war ich immer wieder schockiert davon, wie schlimm hier eigentlich die Schulen aussehen. Und auch zum Beispiel Grünflächen, dass die ja nicht kaum hier, gerade in der Hauptstadt Berlin, in Stand gesetzt werden. Also die grünen Flächen sehen hier aus, wie als wäre da seit zehn Jahren nichts gemacht worden. Und ich bin immer sehr unzufrieden, was viele Dinge hier in Deutschland angeht. Und ich denke mir immer, wir hätten eigentlich all die Möglichkeiten, bloß irgendwie gibt es hier ein gigantisches Missmanagement oder anders kann ich es mir nicht erklären. Aber wie auch immer, das war es zum heutigen Tutorial. Ich danke euch, dass ihr euch wieder dieses Video hier angeschaut habt. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Deswegen lasst Kommentare da. Dankeschön nochmals. Und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.